Hallo, wir sind die Leitung der Kreisjugendfeuerwehr des Halbkreises auf Geismar. Auch wir beteiligen uns an der Aktion Laufen statt saufen. Wir bedanken uns erstmal ganz recht herzlich bei der Jugendfeuerwehr Deisel für diese super Idee, bei der Jugendfeuerwehr Udenhausen für die Nominierung und bei der Freiwilligenfeuerwehr auf Geismar für die Unterstützung durch Fahrzeug und Personal. Wir starten auf mein Kommando, haben die Platze, fertig, los! Wir starten auf mein Kommand, wir starten auf mein Kommand, wir starten auf mein Kommand. Ja, wir hoffen, unsere Schnelligkeitsübung hat euch gefallen. Wir nominieren die Kreisjugendfeuerwehr Leitung der Kreisjugendfeuerwehr Wolfhagen, die Stadtjugendfeuerwehr Dortmund-Asseln, die Leitung der Hessischen Jugendfeuerwehr...